Ich bin ein Rocket Launcher, ich bin ein Behalten. Das ist cool. Eigentlich nicht, aber eigentlich schon. Ja, genau, das ist auch cool. Tja, dachtest du, hä? Flatsch, voll in die Wand geklatscht. Geil. Okay, gut. So, hier, drei erledigt, keine Chance gehabt. Oh, 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 ich wollte eigentlich aufladen. Ich habe gar nicht gewerkt, dass ich nur einen Schuss habe. Jetzt habe ich keine Waffe mehr, außer die Minigun hier. Hey, 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 scheiße. Halt, bleib hier. Das wird dir nicht reichen. Blutrausch, Bastard. Ist das du so? Ah, Schockwurst. Lutsch, mein Schwanz? Nein, das hat er nicht gesagt, glaube ich. Ein Schlappschwanz. Ups, äh, verzeiht. Das habe ich falsch interpretiert. Ich will jetzt aber hier mal wieder eine Flag hier. Ich renne da auch nur mit dem Rocket Launcher rum. Der Fenn ist ganz allein hier. Leck mich. Ja, nee, jetzt nicht. Und offscreen auch nicht. Freu dich nicht drauf, Everest. Oder wer auch immer das gebrüllt hat. Vielleicht war es auch Fenn ist selber. Brenne. Mensch, lass mich doch mal in Ruhe. Beleih' ich mich nicht immer. Nur weil ich hier kommentiere. Hör da auf. Okay. Ja, das ist jetzt schon interessanter. Den solltet ihr dann mal... Oh, toll. Ihr habt es geschafft, dass er die Flagge... Ey, schießt den... Das war knapp. Äh, schießt den nicht mit so dummen Schockwifels auf mich, sonst falle ich da noch runter. Da will ich nicht hin. Ja, ja, ich bin gleich der andere, der feindlich-feindliche... Aua. Fuck. Dann bin ich auszusehen auf die Q-Taste gekommen, die auf den Translocator wechselt. Mwahaha. Geil. Okay. Äh, was mache ich jetzt? Gehe ich am... Gehe ich auf Berserk? Oder was mache ich denn jetzt am besten? Eigentlich sollte ich mal wieder auf Booster gehen. Aber ich habe gerade nicht volles Leben. Und deshalb warte ich lieber noch, bis ich volles Leben habe. Oh, oh. Mein Adrenalin verbraucht sich ja nicht von selbst. Hallo Leute, helft mir mal. Dankeschön. Ich hole mir jetzt noch meinen Punkt. Und ihr gebt mir Feuerschutz. Genau, das wollte ich gerade auch sagen. Wo kommt ihr denn jetzt her? Ich habe doch alle umgebrischt, die da waren. Ich habe doch hier vorne alles platt gemacht. Oh, ich bin gleich tot. Geil. Eigentlich nicht. Leute. Fuck. Oh, jawoll. Er will es rennen. Lass dich bloß nicht töten. Ich komme und rette dich. Und helfe dir oder so. Eins von beiden. Nichts in Stellung. Du hilfst jetzt mal. Blau-Säulen-Raum. Oh, nein. Ja, ja, ja. Herr Renter. Und ihr kommt hier nicht vorbei. Ja gut, vielleicht doch. Aber ja gut, nicht an dem. Au. Bin ich schlecht. Ich bin so schlecht. Goil. Nicht geil. Warum sage ich dir das? Goil. Tut mir echt leid. Das ist... Zum leid, Moritz. Dass ich das hier gerade die ganze Zeit sage. Obwohl es eigentlich dein Spruch ist. Dein Wort. Ja, 2 zu 0. Oh, das auf dieser Stufe. Also das bei einem so weit fortgeschrittenen Tournament. Oder eher gesagt, scheiße, ich sollte mal irgendwann mal Adrenalin benutzen. Au. Toll, danke. Lauert mir halt auch. Besser gesagt, das in dieser Phase des Tournaments. Also mittlerweile sind die Gegner ja wirklich hart. Habt ihr ja schon gemerkt bei den letzten Levels. Blaue Flagge erobert. Oh, hey. Feind hat die Flagge. Ja, nicht lange. Na, wo ist er? Wo ist er? Ach, hier. Wo ist die Flagge? Er ist zurückgeholt. Toll. Das war's wohl mit meinem Booster. Jetzt hab ich wieder nur 50 oder so. Uh. Oh. Nein, nix Booster. Aber rote Flagge erobert. Und ich renne jetzt mal zu unserem... Ja, genau deshalb. Oh, hey. Du kannst Transor-Catern. Ach, fuck. Grad war er noch da. Ich hab grad gelesen, dass er der Fug... Der Fug... Der Fug... Ach, ihr wisst schon, heißt. D-A-F-U-Q. So schreibt man das nämlich. Falls ihr's nicht wusstet. So, das steht schon 2 zu 0. Äh, toll. Wir haben die Flagge doch nicht mehr. Aber wir können immer noch ganz leicht gewinnen hier. Boah, das war's mit deinem Double Damage. Lang gehalten hat's ja nicht. Einmal fresse. Nochmal fresse. Oh, scheiße. Erlebt. Yey. Er ist abgestürzt. Eigentlich hab ich ihn ja runtergeschubst. Ich hab ihn zwar nicht umgebracht, aber ich hab ihn runtergeschubst. Das heißt, es müsste mein Kill sein. Auch wenn er nicht durch meinen Schuss gestorben ist. Aber er ist tot und ich bin schuld. Das passiert ja sonst immer so. Hoi, ich schieße einfach in die Gegend rum. Wenn ich nicht aufpasse, fahre ich hier runter. Soll ich lieber aufpassen. Sonst liege ich echt auch noch da unten, anstatt dass ich die da runterschubst. Das, was eigentlich mein Plan war. So, jetzt gehen wir aber erstmal zur Flag Cannon. Oder besser gesagt, einfach außen rum. Ich versteh nicht. Wo ist der Eingang hin? Ist der erst hier? Ja, müsste hier sein. Oh, geil. Ich sag schon wieder geil. Egal. Oh, das ist ein Rocket Launcher. Fuck. Habe ich wohl irgendwie was verwechselt. Na gut. Gehen wir mit dem Rocket Launcher mal gemütlich zur Flagge. Ja, was? Ach, leck mich doch. Klar, dass hier alles leer ist, wenn die da schon unsere Flagge haben. Dann warten wir einfach mit so einem dummen Rocket Launcher, den wir gar nicht wollen. Ich will eigentlich über die Flagge, aber ich traue mich nicht, hier wegzugehen. Wer ist hier eine Schlampe? Ich bin eigentlich das einzige Weib in diesem Spiel. Hüpf, hüpf. Wui. Geil, was sie für seitens kann. Oh. Aber die ist immer noch weg. Ja, entweder du stirbst oder gibst mir die Flagge. Oder beides. Das ist ja beides dasselbe. Verdammt, was laber ich eigentlich? Ich warte jetzt hier ewig rum. Mir passiert nichts außer da drüben irgendwo und ich seh das nicht. Ja gut, dann trinken wir jetzt erstmal einen Schluck. Und es passiert immer noch nichts. Ja, ich denk's mir. Rettung in letzter Sekunde. Scheiße, das ist nicht gut. Das hätten wir nämlich jetzt noch beinahe gewinnen können. Aber nein. Ihr müsst natürlich noch in letzter Sekunde draufgehen. Und dann komme ich und klaue mir die Flagge einfach nochmal. So, und dann springe ich hier weg, während der mit der Schockweife auf mich schießt und auch trifft. Und da schießt er mit seinem Translocator rum. Und da kommt noch einer angeflogen. Aber wirklich angeflogen irgendwie. Und ich bin jetzt hier mal ganz, ganz irgendwie riskant und spring da. Fuck. Wagtow, renn. Oh, du geile Sau. Du hast ihn. Oh, nicht hab die Flagge. Jetzt renne ich aber auch. Da, Karak. Karak, Karak. Karak. Warum renne ich eigentlich hin? Wo geht's mir lang? Ich verlaufe mich hier in meinen eigenen vier Wänden. Egal, wir haben die Flagge immer noch. Und da ist er. Ja, geil. Ihr kriegt den nicht. Diesmal gibt's keine Rettung in letzter Sekunde. Einmal raus und... Was? Was machen wir da oben? Wie sind wir da hochgekommen? Und warum vor allem? Na egal. Alter, 13.0 ist immer noch nicht vorbei. Wie viele Kills wollt ihr? Äh, Quatsch. Wie viele Punkte wollt ihr eigentlich von uns? Ich dachte, 13.0 reicht jetzt mal langsam. Aber nein. Die wollen noch einen vierten. Und da ist ein Double Damage und Karak. Jetzt war das schneller als ich. Wow. Ich hab nicht gemerkt, dass der Plastik.